Was ist das geil? Heute 2 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen. Tore durch Davy Klaasen und Claudio Pizarro. Großartig kann ich nur sagen. Und ich bin ja auch ein Hufvielder und ich auch. Hätte nur noch ein bisschen deutlicher ausfallen können, wenn mal die Torchampfen ausfallen wäre. Aber was wollen wir mickern? Wir sind heute auf Platz 2 aufgeschlossen. Was wollen wir denn mickern? Ich kann euch mal sagen, ich bin zufrieden. Ich glaube auch, Frau Kohfeldt ist mit seinem Geburtstaggeschenk heute hochzufrieden. Und einfach nur geil, Leute. Ich bin richtig sowas von zufrieden mit der Mannschaft. Ich bin zufrieden mit der Mannschaft. Es macht einfach nur Spaß mit dem Programm zu sein. Einfach nur geil. So, ich mache ja morgen nochmal eine, ja, etwas ruhigere Analyse vom Spiel. Aber heute ist es jetzt erstmal direkt vom Spiel. Und dazu seid ihr euch hier. Cheers und froh auf den Weg. Cheers!